Heyo Leute, Crymex hier, was geht da mit Paul Berger, wir werden heute gemeinsam auf 10 echte Wunder, die mit der Kamera festgehalten wurden, reagieren von dem Ehrenkanal Weiße Eule, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wir starten rein, mein Hals ist ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen weg, Leute, ihr wisst Bescheid, ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, wir starten, let's go. Die Menschen sagen, dass es viele Wunder auf der Welt gibt, aber hast du jemals eines gesehen oder erlebt? Manche Menschen glauben, dass es Wunder wirklich gibt. Ich glaube, ich habe noch kein Wunder, seit ich es gesehen oder erlebt habe. Heute haben wir 10 Wunder... Das kommt drauf an, was man Wundern nennt, so, ne? Ich glaube, das kann ja jeder so definieren, wie er möchte, ne? ...gefunden, die mit der Kamera festgehalten wurden. Wir überlassen es dir, ob du an sie glaubst oder nicht. Okay. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ihr wisst Bescheid. Nummer 10. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als die Natur. Das Sonnenwunder zum Beispiel, das im Jahr 1917 aufgenommen wurde, war wunderschön anzusehen. Was ist das Sonnenwunder? In diesem Jahr sahen Menschen in Portugal, wie sich die Sonne drehte und ihre Farbe veränderte. Hä? Berichten zufolge war sie zunächst blau und wechselte dann innerhalb von 10 Minuten zu gelb. Seitdem wurde das gleiche Wunder noch ein paar Mal mit der Kamera festgehalten. In Kolumbien im Jahr 2009, in Bosnien-Herzegowina im Jahr 2010 und in Brasilien im Jahr 2011. Natürlich machten sich die Wissenschaftler sofort an die Arbeit, um eine Erklärung zu finden. Sie kamen zu dem Schluss, dass es sich um ein meteorologisches Phänomen handelt. Der Wissenschaft zufolge hat es etwas mit Kristallen und elektrischer Ladung zu tun. Allerdings konnten die Forscher nicht genau erklären, warum das Sonnenwunder nur in bestimmten Teilen der Welt zu sehen war. Nummer 9 Hat man jetzt ja leider kein Bild davon gesehen, wie die Sonne blau war. Ich weiß ja nicht, Leute. Man sagt, dass Tiere nicht sprechen können. Und genau aus diesem Grund war diese Situation wirklich ein großes Wunder. Ein verletzter, streunender Hund betrat die Praxis eines Tierarztes und war von sich aus um Hilfe. Es stellte sich heraus, dass der streunende Hund krank und verletzt war. Als der Hund das Wartezimmer betrat, waren alle überrascht, einen völlig unerwarteten Besucher zu sehen. Der Tierarzt war gerade mit dem vorherigen Kunden fertig geworden und bemerkte sofort, dass der streunende Hund ihm ein verletztes Bein zeigte. Was wirklich alle überraschte war, dass der verletzte Hund den Tierarzt von selbst gefunden hatte. Das ist unglaublich, denn es ist völlig unklar, wie der Hund das gemacht hat. Das ist echt krass, als würde er das so wissen. So, hier kriege ich Hilfe so. Das ist gut. Könnte es Glück gewesen sein? Schlauer Hund. Oder wusste der Hund, dass er in die Praxis eines Tierarztes gehen würde. Glücklicherweise wurde das Bein des Hundes nicht ernsthaft verletzt. Aber es stellte sich heraus, dass der Hund noch etwas anderes hatte. Nämlich einen Tumor, der vollständig mit Flöhen bedeckt war. Unglaublich, wie die streunende Hündin es geschafft hat, rechtzeitig zum Tierarzt zu kommen und geheilt zu werden. Maschallah. Nummer 8 In einigen Religionen glaubt man, dass die Seelen der Verstorbenen noch eine Weile bei ihren Angehörigen bleiben. Dieser unglaubliche Moment wurde bei der Beerdigung eines siebenjährigen Jungen gefilmt. Seine Familie trauerte, als unerwartet ein weißer Ballon auftauchte und versuchte, die Familie zu trösten. Auf den Videoaufnahmen ist deutlich zu sehen, dass der weiße Ballon hinter dem Sarg hervorkam und immer wieder in der Nähe der Frau herumschwebte. Die Familie war überrascht, als sie dies sah, aber sie erkannte sofort, dass dieser Ballon vom Geist ihres verstorbenen Sohnes bewegt wurde. Die Mutter des Sohnes teilte auf ihrer Facebook-Seite sogar Folgendes mit. Ich würde gerne glauben, dass dies seine letzte Mission war. Das Video ging viral und wurde innerhalb weniger Tage millionenfach aufgerufen. Glaubt ihr, dass dies tatsächlich der Geist des Jungen war oder habt ihr eine andere Erklärung? Boah, keine Ahnung, ey. Also warum jetzt vor allem der eine weiße Ballon dann die ganze Zeit zu der Mutter fliegt, ey. Keine Ahnung, also ich glaube schon irgendwie, dass es ein paar so gewisse übernatürliche Sachen gibt, aber das ist schon ein bisschen unheimlich irgendwie, Leute. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Denkt ihr, dass das real so? Nummer 7 Glaubt ihr, dass Drachen und andere riesige Reptilienschlangen auf unserem Planeten existieren? In Thailand ging ein Foto viral, auf dem die Einheimischen glauben, dass es eine magische Schlange wirklich gibt. Sie soll sich im Mekong-Fluss verstecken und dieses Ereignis wird als Naga-Feuerkugeln bezeichnet. Jedes Jahr im Oktober, wenn sich die buddhistische Fastenzeit dem Ende zuneigt, können hunderte bis tausende von mysteriösen Feuerbällen beobachtet werden, die hoch am Himmel verschwinden. Wissenschaftler können dieses Mysterium immer noch nicht erklären. Die Einheimischen glauben jedoch, dass es sich um die magische Schlange handeln muss, die Feuerkugeln in die Luft spuckt. Trotzdem ist es ein ziemlich ungewöhnliches Phänomen, wenn du mich fragst. Es ist schon fragwürdig, aber wäre da irgendein fettes Lebewesen, so ein Drach oder so? Das wird man ja mit Infrarot-Kameras sehen in dem Wasser, so weißt du? Also glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwas mit einem Drachen zu tun hat. Nummer 6 Manche glauben, dass Engel auf die Erde kommen, um Menschen in Not zu helfen. Aber das ist doch nur Fiktion, oder? Nein, es könnte die Wahrheit sein, denn die folgende Geschichte könnte beweisen, dass Engel tatsächlich existieren. Ein 14-jähriges Mädchen lag mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. Sie lag in einem Krankenhauszimmer und ihre Mutter dachte, dass ihre Tochter sehr bald sterben würde. In dem Moment, als sie verzweifelt war, erschien auf einem Monitor ein helles Licht mit dem Bild eines Engels. Innerhalb einer Stunde danach ging es dem Mädchen wieder besser. Die Ärzte konnten sich dieses Wunder jedoch nicht erklären. Die Mutter ist zu 100% davon überzeugt, dass es ein Engel war, der ihre Tochter gerettet hat. Was meint ihr dazu? Ist dies ein echtes Wunder, oder lässt sich dieser Moment irgendwie anders erklären? Also erklären kann ich es nicht, aber ist schon krass so... Nummer 5 Wir alle wissen, dass Katzen neun Leben haben, aber was ist mit Menschen? Der nächste Mann hat anscheinend mindestens drei Leben, denn nachdem er zweimal vom Blitz getroffen wurde, ist er immer noch am Leben. Aber könnte dieses Videomaterial echt sein? Wir können sehen, wie dieser unglückliche Mann zweimal vom Blitz getroffen wird. Das Gizarre daran ist, dass die Menschen, die in der Nähe des Mannes vorbeigegangen sind, nicht verletzt wurden. Beide Male schafft es, der Mann aufzustehen und weiterzugehen, als wäre nichts geschehen. Etwa 90% der Menschen, die vom Blitz getroffen werden, überleben. Aber oft bleiben sie mit Verwirrung, Kopfschmerzen, Gedächtnisproblemen oder anderen Problemen. Ey, das ist ja so krass, wenn du von so einem Blitz getroffen wirst. Das ist ja so viel Energie, so viel Strom, dass Leute, dass überhaupt 90% der Menschen das überleben. Hä? Das check ich gar nicht. Dass ja, wenn man an so eine Starkstromleitung fasst, dann stirbt man ja auch. Also ist irgendwie total crazy. Eben zurück. Ob dieses Video echt ist oder nicht. Keine Ahnung, aber man muss schon sehr viel Pech haben, wenn man zweimal hintereinander vom Blitz getroffen wird. Aber auch sehr viel Glück, dass man noch am Leben ist. Ja. Nummer 4. Nur die Frage, wenn man da jetzt irgendwie so Schäden davon trägt, so krasse, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, dann Gedächtnisverlust hat oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie halt eine Behinderung danach hat. Ach, schwierig. Dann würde ich doch lieber sterben. Du hast wahrscheinlich schon einmal in den Himmel geschaut und etwas gesehen, das du dir nicht erklären konntest. Aber das kann natürlich auch von deiner Fantasie abhängen. Für manche Menschen ist es jedoch ein Zeichen für etwas, wenn sie etwas Besonderes am Himmel sehen. Obwohl man in Wolken viele verschiedene Formen sehen kann, scheint dieser Mann den Buddha sehr deutlich mit der Kamera eingefangen zu haben. Boah, das ist schon irgendwie crazy. Leider konnte ich nicht herausfinden, wo dies gefilmt wurde. Das Wunder erscheint, um schnell wieder zu verschwinden. Aber man erkennt Buddha sofort. Glaubt ihr, dass es für jemanden ein besonderes Zeichen war? Oder handelt es sich um unsere eigene Einbildung oder nur um einen Gag? Nummer 3. War schon eine coole Form auf jeden Fall. Mut ist sicherlich ein Wunder, denn nicht viele Menschen sind mutig genug, um anderen in einer gefährlichen Situation zu helfen. In diesem Fall war eine Frau in ihrem eigenen Auto mitten im Fluss gefangen. Das Wasser starrt ihr bis zum Hals und sie konnte die Tür nicht öffnen, um herauszukommen. Nachdem sie den Notruf gewählt hatte, traf die Polizei ein. Ein tapferer Polizist sprang ins Wasser, um das Leben der Frau zu retten. Ein weiterer Beamter schloss sich ihm an und versuchte, die Autotür gemeinsam zu öffnen. Die Beamten hatten Erfolg und retteten schließlich das Leben der Frau. Die Beamten sagten ihnen, dass es sehr schwierig sei, die Tür des Autos zu öffnen. Was die überhaupt die Tür aufbekommen haben mit dem ganzen Wasserdruck? Also meistens muss man ja eigentlich eher die Scheibe einschlagen bei sowas, ne? Zum Glück waren diese Menschen mutig genug, ins Wasser zu springen. Habt ihr selbst schon einmal etwas Mutiges getan? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. So eine Aktion hatte ich bis jetzt noch nicht in meinem Leben. Manche Menschen glauben, dass manchmal Heilige auf der Erde erscheinen und sie sie sehen können. Wie Engel helfen die Heiligen anderen oder geben bestimmte Zeichen für etwas Wichtiges. Im Jahr 1996 sahen Menschen das Bild der Jungfrau Maria auf der Seite eines großen Bürogebäudes erscheinen. Und zwar auf dem Glas an der Außenseite. Das Bild war riesig. Ach so. Boah, da braucht man aber auch schon viel Fantasie, ne? Also mir ist es gerade gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht. Das ist ja auch nur, also das muss ja irgendwie so eine Reflexion sein. Und wenn man dann einen Meter weiter nach rechts zum Beispiel geht, dann sieht man das schon nicht mehr so. Das war wahrscheinlich nur an der... Also, ich glaube, da würde ich... Nee, also schwierig, Leute. Da würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Aber was hatte es zu bedeuten? Das Bild blieb eine Zeit lang sichtbar. Und mehr als 600.000 Menschen reisten dorthin, um dieses Wunder zu sehen. Die Menschen, die dort ankamen, begannen zu beten. Sie weinten, zündeten Kerzen an und brachten Blumen. Ein Paar hat sogar dort geheiratet. Es ist schwer zu erklären, was es war, aber viele Menschen sahen die Jungfrau Maria und glaubten, dass dies ein Zeichen war. Nummer 1 Ein Taucher namens Jacob Childs verbrachte über sechs Stunden allein im Ozean, nachdem er von seiner Tauchgruppe abgetrieben war. Er war völlig verloren und dachte, dass niemand jemals zu seiner Rettung kommen würde. Glücklicherweise ging alles gut. Und später verriet er, dass er zwar die Hubschrauber gehört hatte, sie ihn aber nicht finden konnten. Er war sehr verzweifelt und beschloss seine letzten Gedanken zu filmen. An einer Stelle sagte er, das war es also. Die Sonne geht unter und sie tun nichts mehr. Das war es also für Jackie. Er sagte auch, dass es viel zu lange dauerte, so allein im Wasser zu sein. Und alles, woran er zu denken versuchte, war, eine schöne heiße Tasse Tee zu trinken. Es kam ihm wie Tage vor, aber wie durch ein Wunder wurde er gerettet. Das geschah erst am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr. Boah, wenn dann die Sonne untergeht, ey, da denkt man echt, das war es jetzt komplett, ne? ...seine Rettung, sagte er, er sei nicht erschöpft, aber es hätte nicht viel länger dauern dürfen. Glaubt ihr an Wunder oder habt ihr selbst schon mal eins erlebt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr meinen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen... Crazy. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt Weiße Oil aus und bis dahin, haut rein Leute, euer CryMix.